Es gibt was zu feiern, denn der V8 wird zwar aus der Produktion genommen, aber wir haben ihn noch. Über 150 Autos hier bei uns am Standort und das wollen wir mit euch feiern. Wir lassen den V8 nochmal richtig hochleben. Am 2. März hier bei uns auf der Ram Truck Range gibt es das erste Treffen dieses Jahr. Wir haben unser Chili con carne, wir haben den Grill an, wir machen Getränke parat, wir räumen unseren ganzen Hof auf, sodass ihr mit euren Autos da unten stehen könnt und wir ein richtig schönes Treffen machen können. Wir sind fachsimpeln, alle miteinander, unsere Autos werden auf dem Nebengelände stehen, da machen wir eine große Ausstellung, denn hier haben aktuell über 150 Rams hier stehen, die ihr alle anschauen könnt. Wir wollen eure Autos sehen. Ja, dafür freuen wir uns, euch am 2. März von 10 bis 16 Uhr in unserem Laden begrüßen zu dürfen. Wir sind alle hier, Verkäufer, Teile, Menschen, alles was wir haben, rennt hier mit euch rum, um gemeinsam den V8 nochmal hochleben zu lassen. Vielen Dank, bis dann, 2. März. Ciao. Vielen Dank.